Moin Jungs, mein Mädels, heute Nacht ist es soweit. Heute Nacht öffnet Diablo die Pforte zur Hölle und ich bin selbstverständlich mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Aber bevor es soweit ist, wollen wir uns ein paar Sachen angucken. Ich sag euch so meine Gedankengänge, wie ich das Ganze so sehe, was ich mir erhoffe und und und. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und jetzt geht's auch schon direkt los. Jetzt kommen wir auch schon zu einer sehr wichtigen Frage. Was will ich denn überhaupt am Anfang des Seasons spielen? Diese Frage ist natürlich berechtigt und viele von euch haben sich bestimmt schon irgendwelche Seiten im Internet angeguckt, sogenannte Tierlisten und genau darauf will ich mal eben kurz eingehen. Diese ganzen Tierlisten, die wir da im Moment haben, da gebe ich im Moment absolut nichts drauf. Warum gebe ich da nichts drauf? Leute, das Spiel ist noch nicht mal draußen. Es gab ein paar Leute, die konnten das Endgame spielen. Es wurden in diesem Endgame bisher noch gar nicht alle Unique Items gefunden. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, die es nachher geben wird. Kennen wir noch gar nicht. Seitdem das Endgame gespielt wurde, gab es schon mehrere Patches. Das ist also schon veraltert, die Spielweise, die damals da war. Natürlich wissen wir, was geändert worden ist, können uns daraufhin irgendwas überlegen. Daraufhin gibt es natürlich jetzt auch diese Tierlisten. Aber, Freunde, diese Tierlisten sind vielleicht momentan aktuell und ihr könnt jetzt sagen, boah, ich spiele Klasse XY, weil die ist super, super stark und 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 so. Und jetzt stellt euch mal den Super-GAU vor. Ihr spielt diese Klasse und das wird garantiert passieren. Zumindest eine sehr, sehr große Erwartung, die ich in Diablo 4 habe, dass Diablo bzw. Blizzard das Spiel gerade am Anfang sehr stark beobachten wird. Und dementsprechend auch eingreifen wird, wenn sie merken, dass irgendwelche Klassenmechaniken oder überhaupt Klassen zu stark sind. Also Nerven bzw. Upgraden. Müssen wir gucken, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit wird auch eine Skillung, die jetzt vielleicht Tier S ist, also ein Satir-Bereich ist, Es kann sein, dass die in drei Tagen schon wieder komplett genervt ist und andere Klassen gebufft sind und dadurch die ganze Tierreihenfolge durcheinander geht. Also, mein Tipp, gebt da überhaupt nichts drauf, was im Moment S-Tier ist oder B-Tier oder wie auch immer. Spielt das, worauf ihr Lust habt. Wirklich worauf ihr Lust habt. In welche Richtung sich die Klassen weiterentwickeln, kann im Moment noch keiner sagen. Absolut nicht. Das werden wir vielleicht oder das werden wir hoffentlich sehen, sobald die erste Season rauskommt. Dabei sind wir auch schon beim nächsten Thema, über das ich reden möchte und wo ich mir sehr, sehr viel von verspreche. Ich hoffe tatsächlich, dass Blizzard einen guten Job dahingehend leisten wird, was das ganze Balancing der Klassen angeht. Ich möchte wirklich erst eine Season haben, wenn das Balancing im Endgame der Klassen einigermaßen in Ordnung ist. Ich möchte auf gar keinen Fall erleben, dass Blizzard während einer laufenden Season irgendwelche Buffs, Debuffs und was weiß ich was macht. Also Klassenmechaniken ändert, Klassenbalancing ändert. Das gehört alles vor die erste Season. Und genau da sehe ich mich auch. Vor der ersten Season werde ich relativ viel ausprobieren. Ich werde nicht nach irgendwelchen Tierlisten gehen. Ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ich spiele das so, wie ich Bock habe und gucke, wie sich was anfühlt. Beobachte natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, wie sich die Klassen seitens Blizzard ändern mit Hotfixes etc. Und mache mir dann mein eigenes Bild. Und dann werden wir irgendwann so weit sein, wenn das Klassenbalancing stimmt, dass wir in eine Season starten können. Dann kristallisieren sich natürlich Tierklassen raus. Dann können wir über Tier reden und sonstiges über Meta. Ja, aber vorher absolut gar nicht. Und deswegen auch meine große Bitte, alle diejenigen, die sich jetzt Videos angeguckt haben, ich muss aber das spielen, weil die sorgt und das ist so gut mit der Hydra. Oder ich beschwöre jetzt hier meine Skelette. Leute, als Beispiel, wir hatten in der letzten Beta, der Nekromanzer mit seinen Skeletten, mit seinen Herbeirufungsfähigkeiten, war am Freitagabend noch zu schwach gewesen. Die haben ihn am Sonntag, an diesem Beta-Wochenende, haben sie ihn noch gepatcht wieder und haben die Klasse verändert, haben ihn ein bisschen gebufft. So, das haben sie innerhalb eines Beta-Wochenendes sogar gemacht, diesen Eingriff. Und da wird sehr, 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 sehr viel im Moment in den nächsten Tagen, Wochen auf uns zukommen. Und das müssen wir einfach mal abwarten. Daraufhin reden wir dann über Meta, was gut ist, was nicht gut ist. Und jeder von uns, also ich insbesondere, ich weiß nicht, ich kann dafür euch nicht mitreden, aber ich hoffe mal, ihr auch werdet viel rumprobieren, viel Spaß haben. Darauf kommt es im Endeffekt nämlich an. Und dann können wir über alles reden. So, dann haben wir auch schon über zwei ganz wichtige Sachen für mich geredet. Und zwar einmal, ich gebe nichts auf irgendwelche Tierlisten. Zum Zweiten, ich möchte gerne in eine Season erst dann starten, wenn das Klassenbalancing soweit abgeschlossen ist und das Spiel rund läuft. Dann kommen wir noch zur nächsten Geschichte, die interessant ist. Und zwar, welche Klasse wird das jetzt überhaupt bei mir am Anfang? Es wird bei mir, ich bin im Moment noch am Schwanken. Wir sind jetzt momentan, wir haben 13.14 Uhr. Tatsächlich, das heißt, in 11 Stunden und 46 Minuten beginnt Diablo 4. Da öffnen die Pforten zur Hölle. Da muss ich soweit bereit sein. Und ich weiß im Moment noch nicht genau, was ich spielen soll. Ich schwanke im Moment zwischen Barbaren oder, wie nennt sich der Dieb? Demon Hunter. Ich nenne ihn mal Demon Hunter. Jeder weiß, was gemeint ist. Demon Hunter wäre interessant für mich. Auch ein Sammler, Necro, weiß ich nicht. Will ich nicht ganz ausschließen. Ja, eigentlich ist alles cool. Eigentlich ist alles cool. Größte Tendenz zum Barbaren im Moment, da ich Bock habe auf einen Millie-Charakter. Auch wenn Millie-Charaktere gefühlt, und das ist auch wieder so eine Sache. In der Beta haben ganz viele Leute gesagt, boah, Diablo 4 ist so Millie-unfreundlich. Ja, war es sicherlich auch. War es sicherlich auch. Bei vielen Bossen waren Millie-Kämpfer ganz klar im Nachteil. Aber auch da sage ich wieder, Leute, wir haben doch kaum was gesehen vom Game. Lasst uns erstmal abwarten, wie die anderen Bosse sind. Lasst uns mal abwarten, was Diablo, was Blizzard die nächsten Tagen, Wochen aus dem Spiel machen. Und dann können wir darüber reden. Meine größte Priorität oder meine Tendenz geht tatsächlich im Moment, da einen Barbaren zu spielen. Einfach aus dem Grund, ich habe Bock auf einen Nahkämpfer. Und ich habe auch Bock, ein bisschen die Gruppe zu unterstützen. Hier mit Kampfschrei oder Stunts. Oder hier ein bisschen tanken und da ein bisschen was machen. Habe ich Bock drauf. So, deswegen. Kann sein, dass es ein Barbar wird. Es kann aber auch sein, dass es eine Sorg wird. Ich bin da noch relativ unentschlossen. Tatsächlich. Wir werden das ganz spontan entscheiden. Wenn ihr Bock habt. Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Wenn ihr Bock habt, dann seid ihr heute Nacht oder in den kommenden Tagen einfach mit dabei. Wir werden fast täglich Diablo 4 streamen. Wir werden genauso wie im Moment, ich komme eigentlich aus der Path of Exile Schiene, da haben wir auch eine nette Community, die sich gegenseitig sehr gut hilft, sehr miteinander ist und ja, einfach Spaß hat. Das ist ein wirklich sehr, sehr netter Haufen. Ähnliches werden wir jetzt bei Diablo 4 auch aufbauen. Und da seid ihr natürlich auch herzlich willkommen, wenn ihr Bock habt, dieses Spiel irgendwo in einer Gemeinschaft zu spielen, Spaß zu haben mit anderen Leuten. Nicht diesen Ego-Trip-Pfad. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Ich möchte unsere Community so haben, dass wir wirklich ein nettes Miteinander haben und nicht irgendwelche Egoisten. Ich, 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 das können wir hier nicht gebrauchen. Will ich nicht. Ich möchte wirklich eine Spaßsiegerunde haben, eine Community aufbauen, die sich gegenseitig hilft, die mal zusammenspielt, sich austauscht. Gerade am Anfang. Nichts ist schöner, wie irgendjemand hat was Cooles entdeckt. Teilt das mit anderen Leuten. Hier, ich habe da was entdeckt, das ist cool. Versucht das doch auch mal. So nach dem Motto. Oder, ähm, ich brauche hier Hilfe bei dem und dem. Kann mir jemand helfen? Na klar, ich bin dabei. Also Miteinander. Das finde ich cool. Das machen wir. Wenn ihr Bock drauf habt, besucht uns gerne auf Twitch. Joint unserer Community. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch wirklich zu sagen, Leute, seht das Spiel nicht zu verbissen. Gerade jetzt am Anfang. Das Ganze ist wirklich ein Release. Lasst euch nicht die Freude nehmen durch irgendwelche Spoilerei, durch irgendwelche Sachen. Ich muss das und das und das machen. Befreit euch einfach von diesem Druck. Spielt das Spiel einfach so, wie es kommt. Entdeckt das Spiel. Seit so wie früher. Ich kann mich daran erinnern, als ich früher mit WoW mal angefangen habe. Das war einfach so schön, als ich durch den Wald von Elvin gelaufen bin. Oder auch durchs Brachland auf Hordeseiten. Wie ich die Welt entdeckt habe. So dieses Ganze. Dieses Gefühl. Vielleicht kommt das so ein bisschen mit Diablo wieder. Einfach das Spiel selber entdecken. Dafür ist im Prinzip jetzt die Zeit bis zur ersten Season da. Alles, was wir bis zur ersten Season machen, ist bei mir tatsächlich Spiel kennenlernen. Spielmechaniken kennenlernen. Diese ganzen Geschichten. Und dann, dann, wenn die Season losgeht, dann starten wir richtig durch. Und dann sehen wir auch zu, dass wir Progress machen. Aber bis dato ganz entspannt spielen, Leute. In dem Sinne. Wenn ihr Bock habt, sage ich bis bald. Alles klar. Ciao, ciao.